Im Namen der barmherzigen Brüder von Maria Hilf grüße ich ganz herzlich die Steiler Missionare. Ihr feiert nächstes Jahr ein rundes Jubiläum, 150 Jahre, in denen ihr ja segensvoll gewirkt habt. Und wir dürfen auch ein Jubiläum feiern nächstes Jahr, 175 Jahre. Nehmen wir ja das als Anlass, Gott Dank zu sagen, aber auch zu bitten, uns weiter in unserem Dienst zu bestärken und weiterhin mit uns auf dem Weg zu sein.